Hallo liebe YouTuber, hallo liebe Fans, ich bin's wie auch Holger von Holgers Wunderland. Ich wollte nur eine kurze Mitteilung machen, dass es jetzt in nächster Zeit etwas weniger Videos gibt, da ich beruflich sehr stark eingespannt bin und habe deswegen auch nicht viel Zeit dazu. Ich habe ja private Verpflichtungen nach Feierabend auch noch und die müssen auch erledigt werden. Und Urlaub ist erst wieder im August, das heißt, das dauert noch ein bisschen. Und im Urlaub werde ich nicht viel Zeit haben, weil ich da einiges zu erledigen habe. Ja, ansonsten hoffentlich könnte das verschmerzen. Ich sehe zu, dass ich jetzt nächste Woche nach diesem Video nochmal ein Video rausbringe. Das ist auch schon gefilmt, aber das Schneiden wird wohl noch etwas länger dauern, weil ich noch ein paar Nachdrehs machen muss. Dann habe ich noch ein bisschen was vor, so eine kleine Reihe. Da verrate ich aber noch nicht allzu viel, weil ich immer noch auf Locationsuche bin. Ich habe immer noch nicht alle Locations gefunden, die ich brauche. Und solange ich das nicht habe, kann ich nicht drehen. Weil das nützt nichts, wenn ich jetzt bei einer Sache anfange und komme dann nicht weiter. Wenn, dann will ich das Filmmaterial zusammen haben, dass ich da genug Material habe. Die ersten Videos dafür sind schon im Kasten. Die kann ich euch aber nicht zeigen, weil die von der Reihe her mittendrin wären und nicht ganz am Anfang. Deswegen tut es mir leid. Ansonsten soll das Video auch nicht zu lang werden heute. Was wollte ich noch sagen? Achso, bereitet euch vor. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt bald was. Das soll jetzt kein Schwarzmalen sein, aber bereitet euch. Ja, neue Ausrüstung wird es in nächster Zeit auch nicht geben. Da muss ich leider drauf verzichten. Ich muss zwar viel arbeiten, aber es gibt leider auch nicht mehr Geld. Nur jede Menge Überstunden. Und die Überstunden werden leider nicht bezahlt. Dann habe ich noch ein paar andere Probleme, die müssen auch noch geklärt werden. Aber ich werde immer wieder mal wieder zwischendurch ein Video rausbringen. Ich mache das nicht so wie Bugout, Survival, der dann irgendwann gar nichts mehr macht. Also bei mir wird es immer noch wieder was geben. Das wird dann wahrscheinlich nur noch jede zweite Woche. Aber ich werde versuchen, wenn ich Zeit habe, auch ein paar mehr Videos zu drehen. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht das Abonnieren. Vergesst nicht die Glocke zu drücken und das Liken natürlich. Klar, wenn ihr... Ne, andersrum. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Wenn ihr das Video gut fandet, dann macht ein Like oder ein Dislike. Und vergesst auch nicht zu kommentieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüssikowski.